Guten Morgen, werdet es folgt. Ich weiß, ich kaufe mir Bril, dann wird es auch eine brillante Werbung gewesen sein. Aber nur nicht schier erst einmal zu den Blutdruckgeräten. Ich werde jetzt eins machen, einen Test. Und dann, nachdem ich diesen Review mit dem Memory, wo gespeichert wird, die Ergebnisse in den letzten 30 einmal durchgehen. Für den Doktor. Merkens zum Beispiel. Oder auch den Doktor Wiedl. Aber ja, man darf ja nicht reden. Das wird der Grund sein für was. Ich meine, das könnte dauern. Ich dauere bei diesem Gerät länger als beim Handgelängesgerät. Aber ich werde bei der letzten Aufnahme mal nicht reden. Und dann dürft ihr aber nicht vergessen, damit dieses Tourette-Prinzip und das Gelache. Ja, die Weiden macht einen Einfluss auf das Ergebnis. Da war mir stolz. Boah. Hey. Boah, hey, merken Sie jetzt. Guten Tag, es ist kein Zufall. So ein Ergebnis kriegst du dann vor. Ja, gut. Ja, ne, das können wir jetzt sehen. Haha. Tom, war mir dumm. Tom. Tom. Tom, jetzt gehen wir mal die ganzen Ergebnisse durch. Aber da, Tom, steht die weit nicht dabei. Haha. Wo wäre ich doch? Haha. Hoffe ich doch. Aber weiter schauen wir die Ergebnisse hier. Ja, die letzten waren ja einigermaßen normaler. Haha. Ja, auch wenn es ist. Also ja. War nicht von vorhin gerade, oder? Doch, kann sein. Haha. Also ein paar Minuten. Aber das nicht. Ja, der aktuellste Puls scheint wirklich, äh, das obere scheint wirklich normaler zu sein. Dumm, dumm, dumm. Aber der Puls. Und das obere war ja noch vor Wochen. Also immer, wo die Schmerzen noch da waren. Tom, war mir dumm. Ah ja, ich merke mich. Habe ja gesagt, keine Schmerzen mehr. Oberkörper, Hals, Achuthalsschnecken war noch. Tom, war mir dumm. Und Körperschnecken aber seit ein bis zwei Wochen ist es fast verschwunden. Bzw. heute ohne Witz der erste Tag, wo nichts war. Tom, war mir dumm. Oder vielleicht gestern noch. Aber keine drei. Tom, war mir tot. Ah, irgendwas war heute. Tom, war mir tot. Tom, war mir tot. Oh ja. Ja, Puls. Um 16 oder 16 war das. Öh, ne, das kann ja gar nicht sein, oder? Haha. Aber ich bin ja kein Arzt. Ja, Puls, haha. Also ich war gestern echte Barsch. Das muss man gestern gewesen sein. Oder vorgestern. Oh man. Ja, haha. Zweite Sorge geben wir noch. Zweite, zweite wurde es nämlich nicht. Aber... Ja, da kommst du... Ja, doch. Weil die Schmerzen sind ja weniger. Stompam, dumm. Aber beim Handgelenungsmessgerät sind da noch mehr Messungen gegen Ende, auch wenn es nur noch 10 sind. Wo da was ersichtlich ist. Ja, sowas war eher Standard. Ja, genau. Ja, genau. Ich war über die 80er Dinge und 90er voll überrascht. Selbst ich habe sogar bei 101 mal blöd geschaut. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Herr Dr. Merkens im Riegel. Was? Hätte man jetzt nicht gesehen. Oder ihr Ärzte wirst bestimmt mehr Bescheu. Aha. Ist das ein Herzempfakt oder Ja? Aber ja, aber ja, wie glückte aus dem Puls der immer niedriger war, oder? Ja, weil das ja extrem niedriger war, war ja. aber über 100 macht ja auch was schon deshalb wollte ich ja ein blutdruck dauerdings haben aber das interessiert mich inwieweit nur wieder frisch wird gemessen und das sagt eine welche macht er nämlich auch sage wieder puls oder wie dieser puls zustande kommt wenn ich doch aber sehr ja noch sieben testungsergebnisse und dann können wir merken wie ich doch nervös ja ich habe doch dass die normen dann können wir sehen ja sehr interessant wie der puls sich den spiegelt im vergleich zu dieser sücht zu dieser sücht um zwei mal wieder normal aber und jetzt klopfen passen 22 59 ich drücke jetzt die starttaste haben wir auf 7 07 wenn ich gerade 7 08 Simon, oh. Vielen Dank. Ich habe es zweimal gemacht. Oh ja, Herr Doktor, die viele haben wir jetzt reinget. Die können auch was bei Ihnen machen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber der wird schon wissen, was er damit meint. Der hat mich das hat sagen lassen. Aber jetzt beenden wir das Video, wie weit, bei 8 Minuten oder bei 0,8 Minuten? Ah ja, na ja, doch sehr gut. Machen wir 0,8, 15. Eine Schicht, da wäre es hinterher. Ich mache nämlich auch noch Werbung für das Handgelenksgerät, gleiche Marke, Apo nur und so weiter. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.